So, Bündniskarte spielen wir jetzt. Sigurd ist Gent-Norden gezogen und hat Ivar an seiner Stadt eingesetzt. Jetzt liegt es an Ivar, die Siedlung zu erweitern und Bündnissen mit den angrenzenden Gebieten zu schmieden. So, dann sollen wir jetzt mit Ranvi sprechen. Da bist du ja. Du wolltest mich sehen? Sigurd trug uns auf, dafür zu sorgen, dass wir in Englerland Fuß fassen. Er will Bündnisse schmieden. Eiserne Bande mit allen Nordwegern, Dänen und Sachsen. Ja, wir sind die Fremden hier. Freunde zu finden, würde uns helfen. Wo fangen wir an? Meine Kundschafter überbringen uns täglich Neuigkeiten und so langsam fange ich an, diese zerrütteten Lande zu verstehen. Je mehr ich erfahre, desto mehr kann ich dir über jede Region erzählen, bevor du dorthin aufbrichst. Ich verstehe. Sobald du Verbündete in einem Gebiet gefunden hast, rede mit mir. Dann entscheiden wir über den nächsten Schritt. In Ordnung. Und wo fangen wir an? Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Schließ dich Sigurd in Legra-Castashir im Norden an und triff auf die Söhne von Ragnar Lothbrok. Oder gehe gen Süden nach Granthabrück-Shir zu einem Dänenherr, das von Jahre Gudrum und Soma angeführt wird. Ich sollte hinzufügen, dass unser Freund Haitham sich mit seinen eigenen Quellen in den Städten besprochen hat. Seine Ergebnisse könnten uns für Bündnisse in Englerlands Städten nützen. Sprich mit ihm. Vielleicht braucht er etwas. Ja, ja. Zeigen wir deine Bündniskarte. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. Einmal einsehen, bitte. Macht 20 Euro. Okay, danke. Bündniskarte. Wenn deine Siedlung in Englerland wachsen und gedeihen soll, muss dein Clan Bündnisse schließen. Bekundet den Wunsch nach einem Bündnis mit einem Bündnisgesuch. Sobald ein Bündnis geschlossen wurde, werden weitere Gebiete verfügbar. Ah. So. Granthabrück-Shir. Empfohlenstärke 20. Beraten. Mhm. Was hier? Empfohlenstärke 20. Beraten. Hier gibt es irgendwelche Belohnungen, aber so viele Bündnisse können wir hier gar nicht eingehen, oder? Machen wir das mal. Erzähl mir von Granthabrück, Shir. Eine dänische Streitmacht, die von den Sachsen das Sommerheer genannt wird, lagert nördlich von Granthabrück in Ruinen jenseits des Flusses. Wir sollten uns mit ihren Anführern Gudrum und Soma gutstellen, wenn wir ihr Vertrauen und ihre Freundschaft gewinnen wollen. Meine Späher trafen sie nicht selbst, also kann ich nur wenig über den Zustand ihres Heeres sagen. Dies ist immerhin ein Anfang. Ja, ich werde mich nach Granthabrück und so weiter angelogen. Ich breche sofort auf. Gut. Und möge dich Frejas Segen begleiten. Gut. Und two?" Gut.